. Kein Thema in der Runde, Freestyle. Yo, hey! Zugs in the ready! Oh! Yeah, yeah, hey! Er ist nicht gut, er hat schlecht lieber. So wie früher in der Schule, immer 6-4er. Hey, niemals eines ist es nur gut gewesen. Und hey, wenn er gegen mich rappt, habe ich ihm den Mut hier. Okay, noch gerade ein paar Punchlines. Der hat es richtig gemacht gegen mich und sich warm angelegt. Yeah, also weisst du wer sein Zug ist? Er versteckt sich im Club mit dem Kabutzenpulli. Hey, schau dir den an, den grusigen Typ kenn ich. Er macht auf krass, aber geschieht aus wie 15. Ey, ey, ihr müsst jetzt nicht über den Sinn reden. Sagt mir, wieso muss ich gegen ein Kind peddlen? Er ist schon schwer, doch ich bring das Harte rein. Er verliert sogar gegen Minderjährige. Yeah! Alter, schau, ich bin der King. Und du bist für mich so wie ein Kinderspiel. Yeah, ey, was du rappst, schlipp mir immer fern jetzt. Ich weiss, dass du Minderjährige so gerne hast. Aber hey, du musst nicht öffentlich machen. Und hey, über dich komm höchstens, weil ich ein Schiff nie mache. Okay, das ist doch kein Gegner. Ich hau abkodiert. So wie deine Eltern. Yeah, also schau, wie der Part stimmt. Ey, wink noch mal und wink noch zum Abschein. Ey, ich fick ihn nicht und fick die Schlampen noch grässer. Was du kannst, kann ich schon lange und zwar besser. Ey, also fick dich mal rap. Ey, ganz egal, was du machst, denn ich bitte hier rap. Yo, ich mach's wie Mario, sag let's a go. Sex hat er nur gegen Cash bekommen. Yes, ich bring das ganze sick. Ficke, ich ha die Schlampe nur auf dem Straßenstrick. Ja, das stimmt. Und du weisst wie es läuft. Ey, ich weiss auch, du hast dich für deinen Scheiss verkauft. Doch hey, es ist mir scheiss egal. Der Typ ist schwul und dick und der meist anal. Yo, okay, der Typ kann nicht freestylen. Er weiss wie es läuft. Muss den Blick bleiten. Yeah, ich bringe krasse Parts und ich gewinne gegen dich. Nadis, no. Ja, es ist mir gleich und du wirst auch wack bleiben. Ich freestylen, du tust Text schreiben. Ey, und es ist wie Schank und mach dich jetzt platt, wenn ich ihn filze finde, ich bin immer das Textblatt. Ey, der ist so schlacht. Für den muss ich keinen Track schreiben. Er ist so schlacht, dass ich sag, the next bitte, yeah. Klar, der, der, der tut dich da dies. Ich sag, sorry, you are dismissed. Schau dich an, der Transe ist wack. Er sagt, the next bitte, wenn er angst. Time, time. Wer bekommt den ersten Punkt? Wer bekommt den ersten Punkt? Zweimal Vaibello, einmal Insomnia, 1-0 für Vaibello. Also, das ist so schlacht. Vielen Dank.